Es gibt viele Gründe, warum wir uns in jemanden verlieben. Aber es gibt mindestens doppelt so viele Gründe, warum wir uns wieder entlieben. Und hier komme ich ins Spiel. Mein Geschäft sind die Trennung anderer Leute. Wie bitte? Der verlässt mich, weil ich cholerisch bin? Ich bin doch nicht cholerisch! Ich hasse dich! 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 Und es hat gut getan. Wollen Sie was trinken? Möge Oh, okay. ye